Liebe Zuschauer, heute habe ich Norbert von Time2Do interviewt und wir haben sehr viele spannende Themen im breites Spektrum gehabt. Lieber Norbert, willst du kurz den Zuschauern sagen, worüber wir so geredet haben? Ja, hallo meine Lieben. Also erstmal vielen Dank an den Boban, dass ich da mich beteiligen darf und natürlich geht es um die aktuellen Dinge. Einmal, was zeigt uns diese Krise jetzt? Da möchte ich einen Satz sagen, den früher in der Wirtschaft ich oft gehört habe. Krisen sind für die einen eine Krise und für die anderen die größte Chancen zur Veränderung in ihrem Leben. Und das war so der Hauptpunkt. Was können wir jetzt tun? Wie können wir als Gewinner aus dieser ganzen Situation herausgehen? Und zwar als Gewinner in der Menschlichkeit, in der Liebe, das heißt für uns Zukunft. Dankeschön, liebe Zuschauer. Wenn ihr wollt, wissen wollt, wie man als Gewinner da rausgehen kann, das Interview ist demnächst kostenlos. Dankeschön, liebe Zuschauer. Dankeschön, liebe Zuschauer. Dankeschön. Vielen Dank.